ja armen es ist jetzt hier das war alles geplant aber wir haben es geschafft oder ja ich sage machen wir erst mal also sei es mal die mission verbinden die mission ist doch jetzt ja im autobus nicht angezeigt ich dachte wir haben es schon ne ne oh das hat ja so viel kohle wow und so viel respekt wow fast level up bei respekt fast 7 so wie ich sagen machen wir erstmal kurz einen cut wir werden gleich nochmal aufnehmen nachdem ich gegessen habe ich werde mir auch noch was zuerst machen jo dann passt das erstmal muss ich noch kurz einen zivilisten verprügeln da ist gerade ein budde der umherschleicht da mache ich das mal lieber nicht kauft joe cola ja gib bargeld wieder warte mal ich muss gerade kauf dir auch mal die fähigkeit dass du Leute ausrauben kannst warte wo ist das denn das kannst du bei upgrades dass die Leute Geld fallen lassen so und ich würde sagen mit dem blick hier machen wir ganz kurz kurz einen cut und wir sehen uns gleich wieder ich stehe neben werbung für joe cola ach da ach da ja gut bis gleich ja du oberarme los ja blablabla herzlich willkommen zurück bei let's play together saints row the third ich sitze wieder im VTOL oder ich andere Dinge der steht nur dumm daneben kann ich ich kann sogar mit einsteigen oh wie geil warte mal kann ich immer noch beide Waffen abfeuern nein oh fuck was war das das bist du das ist wenn du rechte Maustest und die Rakete ah ok du machst das VTOL kaputt ich kann nichts abfeuern ne ich kann nur fliegen kiff oh deadboat ich liebe das super mach alles kaputt hm Alter ist das nicht geil jetzt ausjumpen ah ich kann es ja mal machen hm nein ah 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 Da bist du raus. Ich flieg mal zum Haus zurück. Ähm, wir hätten es drinbleiben können, hätte ich dir das Vito jetzt gegeben, ne? No. Egal, ich will einfach mal eine Mission aus. Ja, super. Möchten Sie gucken, ob wir starten? Ihre Vito schlägt das Wessen weiter. Du fühlst mich, wie du es schlägst? Ich bin alle Eier. Wir haben die Route, die Morgenstarker benutzt, um ihre Goods zu verbreiten, in den Syndicate-Filen. Du sagst, dass wir ein paar Pfeilbomben unter ihnen verbreiten? F*** das! Ich sagst, dass wir ein Tank benutzen. Das ist vielleicht die beste Idee, die du jemals hattest. Aber wir nutzen jetzt übrigens einen Panzer, Leute. Also... Alter, was ein Wichser, ey. Was? Gib dem jetzt mal einen Stromschocker. Aber ich komm erst mal mit der Maschine hinterher gefahren. Nö! Ich lebe nicht mein Motorrad auf der Straße! Nein! Was? Mein Motorrad ist kaputt! Ich überleg mir gerade, ob ich jeden weg... Oh! Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, ey, ich bin in den Radius gelaufen, wenn der... Oh! Warte mal! Warte mal! Man, oh! Wo ist mein Vtol! Alter! Das ist mit Division.... Also irgendwas kann... Also wir... Alter, mich gekillt! Ja. Aber ich dachte, wir kriegen das. Aber das werden wir sicher nicht kriegen, das Geld. Also, ich bezweifle ja wirklich, dass wir das kriegen werden. Fahr doch, den kompetenten Stück Scheiße. Alter, warum habe ich nur 25 FPS? Oh, geil. Ach, wahrscheinlich, weil hier gerade die Party abgeht. Wollte ich gerade sagen. Alter, Hedis schrotten gibt auch, Tolle. Ja. Ach, wir kriegen auch nichts Verstören von der Umgebung, was? Wir kriegen Geld ohne Ende. Wir kriegen ja quasi für alles Geld. Wir sollen 225.000 schaffen und haben schon alles erreicht. Das ist gut. Ja. Panzerwandalismus. So soll das sein. Hätte ich einfach mal die ganze Kohle kriegen können? Wäre geiler, ne? Ja. Und Level 7, Respekt. Dass ihr mir auch nicht meinen VTOL wieder hier hinsetzen könnt, Mann. Tja. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, das war eine Granate. Jetzt gibt es Stress, übrigens bitte Bullen, ne? No. Ich habe Q gedrückt und hatte Granate geworfen. Wie die auch wissen, dass wir das waren, ne? Tja. Ja, ne, ist klar. Ach, guck mal. Ja, hier, äh, ich habe mir das... Ich habe noch das Jetbike. Okay. Okay. Ich verstehe. Das habe ich einfach gekriegt hier, wenn du auf Fahrzeuge gehst bei Verbesserungen. Okay. Auch nicht schlecht. Ach, diese... Immerhin, dieses Katzenfahrzeug schießt Menschen aus der Kanone, ne? Echt? Ja. Auch nicht schlecht. Benötigte Stufe 1 steht bei mir dran. Das war nicht viel für die Herausforderung. Komisch. Ich gehe mal meine Gesundheit upgraden. Mach das. Meine Regeneration wird auch nochmal geupgradet. Schaden. Schaden. Schadenfahrzeuge. Ja, dann halten die Fahrzeuge weniger Schaden. Ah, verdammt. Ich... Ich sage mal noch ein bisschen Bargeld ab. Ring. Das mache ich auch noch gleich. Genau, kümmert du dich mal um die Polizei. Ich erinnere mich an diesen. Wieso geht das nicht? Warte mal, ganz kurz. Wie die Scheißleute stressen. Ich gehe einfach mal hier rein, würde ich sagen. So, ich bin jetzt im Penthouse. Ich auch. Ach, jetzt kann ich dir auch das VTOL geben, theoretisch, ne? Tatsache, hast recht. Das Problem ist nur, ich kann da nicht mehr weg. Achso, ich glaube, ich weiß, wie es machen wir. Und das Ziel verlassen. Kommst du? Ich bin schon da. Jo, warte. Spawn F96 VTOL. Steig ein. Jo. Wie man steuert, kannst du dir ja denken. Ja. Es... Jetzt bin ich mir ganz, ganz smart. Steig aus dem VTOL jetzt hier draußen aus. Bin dabei. Jetzt steigst du ein und fließt es hoch zu der Garage wieder. Alles klar. Ja, steig ein da. Auf was wartest du? Aber wenn du dann... Wenn du Glück hast, dann funktionierst du. Dann gebe ich dir noch den Specter. Perfekt. Hast du es? Ich bin auf dem Weg. Ich sehe es. Finde ich da VTOL rein. Oh, Alter. Erst mal irgendwie landen, ey. Gar nicht so einfach. Das ist extrem leicht. Du kannst dir die Fahrzeuge deines Partners nicht lagern. Oh. Oh, schade. Also muss ich warten, bis ich die selber kriege. Guck mal, jetzt hier. Oh, ist das Ding geil. Guck, ich kann einfach mal so... Soll ich dich abholen? Warte mal, bleib stehen. Ja, komm her. Wo bist du? Hier unten. Ja, komm her, ich hol dich ab. Ach, ist das geil. Ich hoffe mal, du kannst mit drauf sitzen. Werden wir sehen. Warte mal, wie viel Damage macht dir das Ding eigentlich? Weil das ja vollen Damage verursacht. Warte, bleib stehen. Ich werde dich nicht... Warte, bleib mal stehen. Oh, das ist out. Ja gut, das ist eine Minigame. Kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich liebe das. Ja, du müsstest auch landen. Ne, ist nur für eine Person. Okay. Ich komme mit dem Auto hinterhergefahren. Ich liebe das Ding. Erst mal aus, Mann, dran. Boah, ist das geil. Alter, das Ding ist ja noch schlimmer zu fliegen als ein Vitole, ne? Echt jetzt? Das Ding schwingt, Alter. Das Ding schwingt wie so eine Abrisskugel. Oh, ho, ho, ho. Perfekt. Vielleicht habe ich mir damals, als das Sands Roam Angebot war, irgendwas gekriegt dazu, weiß ich. Ich kann das nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es eine Game of the Year Edition oder sowas war. Hallo, Steelport. Und willkommen zu Professor Genki's Super-Ethical-Reality-Climax. Oh, das ist so schön. Parken ihr weg durch Professor Genki's Super-Sparkle-Lab für Spaß und Profit. Jetzt, mit jeder Mann, Frau, und Tiger shot, Ihr prize money goes up. Aber look out, no one likes es wenn du ein Pantel schwingst. Wenn du ein Pantel schwingst, aber wenn du genug hast, die Tür zu der Lab öfferts, dann bist du frei zu gehen. Aber wenn du das so einfach hast, dann hast du nie gesehen Genki vor gesehen. Oh, und noch mehr Sache. Auf dieser Show, niemand bekommt ein Geist. Wenn du in der Kampf bist, Be sure to shoot the first aid target. Good luck. It's murder time, it's fun time. Ja, man. Murder time, it's fun time. Okay. Check me out. Ach, du musst dir eigentlich mal vorstellen, dass das unsere letzte Aufnahmesession sein wird. Weißt du, warum? Warum? Die Welt geht doch unter. Ach, ja. Das ist so ein bisschen doof, ne? Ach. Oh, scheiße. Also. Murder time is fun time, right, buddy? You got it, Zach. If our contestants can survive the deadly traps, armed mascots and those friculously huge hunters, they can win a hefty pile of cash. This game looks deadly, because it is. But it's still probably safer than driving in Steelport. Our competitor isn't from Steelport this time, Zach. Today we'll be watching the later of the Saints, the world famous Steelwater Street Gang. As many times as this former Gamebanger has been chunin, they're from the first mission, right? We're going to run over and generally put through hell. This competition probably seems pretty routine. Uh, routine maybe, but lucrative. You are going to make Professor Genki's size dollars driving hose around, that's for sure. Cha-ching! Fuck! Aber warte mal, wir kriegen was abgezogen, weil wir den Tüpp noch nicht, äh, irgendwie, oder so. It's been a long time since Professor Genki's has seen the caliber of shooting. Alter, wie fies, wir regenerieren uns nicht, äh, was hatten sie auch gesagt? Alter Schwede! Sag mir, wenn du nochmal so ein... Oh no, that's an unethical target. This is unbelievable! Ich hab'n Panda erschossen. Oh. Es gibt Punkte ab, so ich sag nichts. Oh, ich brauch' Leben! Ja, nicht nur du. Schehouses! Das was auch mal kurz. Oh, das ist Quaterie! Ah! 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 Ah!